Hier sieht es schon wieder ganz schön neblig aus. Ich bin am zweiten Turm angekommen und der ist an der Küste. Das hat man ja schon gesehen, als wir hier eine Mission gemacht haben. So, vielleicht noch eine Kiste, die ich aufmache. Ah ne, die habe ich schon aufgemacht. Ich dachte, hier wäre noch irgendwie diese Kiste gewesen, die ich aufhecken kann. Ah, die mich hier irgendwo... Ach, vielleicht hat er mir auch einfach verguckt. Oder war die hier oben drin? Nein, nochmal so ein Turm. Wahrscheinlich sind es am Ende dann doch drei. Ich habe für Rina gebetet. Oh, ist doch ganz schön nett von mir. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und cool, da werden die Projektile auch gleich mit zerstört. Merkwürdige Namen für solche Maschinen. Mal gucken, ob da auch einfach nur weitere Roboter an den Seiten, Roboter-Teile an den Seiten hochgesaugt werden, wie im ersten Zylinder. Das läuft jetzt alles über Hex. Aber man muss tatsächlich durchkommen, das ist ja okay. Das ist gar nicht mal so einfach. Ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, I get it. Das habe ich mir dann jetzt auch gedacht. Wir sind auch wieder nur Teile, die hochgeschickt werden. Oh, jetzt geht es doch mal noch... Jetzt gibt es doch nochmal eine Waffe oder was? Ich habe übrigens beim Schmied im Schloss auch nochmal eine Waffe bekommen. Der meinte irgendwie, hey, er hat so selten Leute getroffen, die sich mal so gut um ihre Waffen kümmern und dann hat er mir eine Waffe gegeben. Die ich dann wiederum hochgelevelt habe und nicht benutze. Als Waffen sind in diesem Spiel echt überflüssig. Also unterschiedlich. Eine hätte mir gereicht. Ich habe gerade fragen, hey, aber wie? Mit Klederungen. Man muss ein bisschen was für Müll aus der Jets hier den Turm hochklettern. Scheiße. Ah! Man darf auch die blöden Glöcke nicht verrühren, oder? Nee, darf man nicht. Scheiße. Nein. Äh, nee. Ach, da unten. Mmh-mmh. Boah. Turmsystemübersicht. 022 Port. Turmsystemübersicht. Die Turmanlage verarbeitet und systematisiert die Ressourcen der Ressourcen-Wiederherstellungseinheiten für die Verwendung in ihrem Startgerät. Sie besteht aus 256 Schichten und kann Informationen mit einer Trübung von weniger als 2300 Filtern komprimieren und sie in weniger als ca. 27 Minuten und 32 Sekunden in die Nutzdaten aufnehmen. Detail zu den erforderlichen Routen für die Verdauung von Androiden werden separat aufgezeichnet. Die erlaubte Fehlerrate der Vielfaltsbildung liegt bei 7,21%. Okay. Ach, eine Kanone soll das sein. Okay. Analyse. Es gibt drei Blockungsgeräte auf dem Boden. Ja. Und ich hacke in alle von ihnen, richtig? Ja. Und ich hacke in alle von ihnen, richtig? Scheiße. Wo locken wir den erstmal hier raus? Noch einen? Äh, das komme ich niemals durch. Scheiße. Scheiße. Ah, fuck, war so klar. Ja. Ja, diesmal sieht es schon deutlich besser aus. Danke dafür. Ja. Es sah aber auch nur ganz kurz besser aus, wo es gleich wieder scheiße aussah. Ja. 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 Ja, shit. Boah. Ja, komm. Mach mich kalt. Danke. Immerhin heilt er sich in der Zwischenzeit. Ah, ja, komm. Ja, komm mach mich. Ja. Ja, komm komm. Ja, komm wir suchen was mal. Die sind aber verändern sich easy. Da muss man nur einmal rumkommen. So, und was haben wir jetzt hier für ein Problem? Wie war das jetzt nochmal? Ach genau, hier sind die Tower. Jetzt hier ist auch nur ein Raketen. Uh, okay. Nummer zwei. Immerhin, das sind immer andere Sachen. Also, muss ich zumindest nicht beschweren, dass es nicht genug Abwechslung gäbe. Oh, vier Kammern, durch die man durch muss. Machen wir jetzt mal eine Fluchtroute. Scheiße, der fährt auch noch rum. Das geht wahrscheinlich weg, sobald man die hier erledigt hat. Ist hier überhaupt was drin? Oh ja. Eine fiese kleine Überraschung. Lass mich raten, jetzt ist hier offen. Scheiß Wende, scheiß Wende, scheiß Wende. Oh nein. Fuck. Es lief lange gut, bis es nicht mehr so lief. Und dann lief es nicht mehr gut. Scheiß Wende, oh, ich bin so blöd. Oh, fuck. Die scheiß Wende, ey. Scheiß Wende, ey. Oh, Mann, ey. Komm schon. Ja, genau. Ich rolle nochmal genau rein. Hm? Ich rolle mal rein. Ja. Ich rolle Mein, ey. Oh, Mann. Ich rolle meinen, ey. Ich rollerank Power, even bei dir. Ja, Gott sei Dank. Liegt da was? Nein. Das ist die Ebene drunter. Ich glaube, es geht, wenn dann, eine hoch, oder? Irgendwo ist noch ein Weg nach oben. Das ist da hinten, sieht doch gut aus. Oh ja. Los jetzt. Jeder kommt noch eine Ebene. Das ist verdächtig einfach. Bitte, es wird nicht so einfach bleiben. Na, was haben wir hier für irre Sinn? Oh ja, klar. Okay, erstmal die Banden kreieren. Komm schon. Ja. Das folgende Dokument beschreibt die letzten Phasen von Projekt Jora. Oder Jora. Beachte, dass dieses Dokument mit Vertraulichkeitsstufe S markiert ist und keinem Jora-Mitglied gezeigt werden darf, einschließlich des Bunker-Kommandanten. Projekt 0301 bezüglich der Beseitigung der Jora. Die Hintertür des Bunkers ist darauf programmiert, sich zu öffnen, sobald alle gesammelten Kampfdaten auf die Modelle der nächsten Generation übertragen werden. Der Bunker wird aufgegeben, indem zugelassen wird, dass ihn Maschinenwesen angreifen. Zum aktuellen Zeitpunkt werden sämtliche Informationen bezüglich Jora einschließlich dieses Dokuments verloren gehen und die Täuschung vollenden, dass die Menschheit gesund und munter auf der Oberfläche des Mondes lebt. Zusätzliche Informationen, jede Jora-Einheit ist mit einer Blackbox ausgerüstet, einem Gegenstand, der durch die Wiederverwertung eines Kerns, eines Maschinenwesens hergestellt wird. Deshalb könnte man sagen, dass das Bewusstsein von Jora-Einheiten und Maschinenwesen dieselbe Struktur hat. Diese Blackboxen wurden installiert, nachdem festgestellt worden war, dass es unmöglich ist, Androiden mit Standard-K.I. auszurüsten, wenn sie letztlich zur Beseitigung bestimmt sind. Für das Protokoll Blackboxen haben einige Jora-Einheiten feindselig gemacht. Tja, seid ihr vielleicht doch irgendwie mehr oder weniger dasselbe? Pech für dich, Kollege. Ach echt? Danke für den Vorschlag. Da gibt's gleich die ganze Ladesequenz. Okay. So, was, ne? Oh. Okay, es sind dieselben Kampfeinstellungen wie im Third-Person-Spiel. Also wie im normalen Spiel. Ich kann sogar daschen. What's going on here? My body. Those are my memories. But why? That's 2B's, Data. I know these are just memories. But still. No, don't. Don't do this. Dammit, stop! 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 Stay the hell out of my goddamn memories! These belong to me and me alone! Get away from them! Ich kann den hacken. Hack im Hack. Das ist ja Inception-Style. Ach, Schosse. Hier sind ganz schön viele Leute gestorben. Warum liegen hier so viele Leichen rum? What the fuck? Ihr wollt mich verarschen, ihr Wichser, oder? Das ist ein Scherz. Das ist ein... Das ist bitte ein Scherz. Ey, das kann nicht wahr sein. Okay. Das... What the... Nee. Nee. Ey, komm. Bitte nicht. Ich glaub schon. Oh, fuck. 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 Oh, nee. Oh, was für eine Scheiße ist denn das jetzt, bitte? Na gut, dann mach ich jetzt hier aber Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann setz ich da an dem Bosskampf wieder an, weil das ja hier Irrsinn. Also bis denn. Ciao. Boah, bin ich frustriert gerade. Scheiße. Bis denn? Untertitelung des ZDF, 2020